Hallo und herzlich willkommen meine lieben The Division Freunde. Ja, heute habe ich mir mal gedacht, ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze mit den Mods funktioniert, wie man sich selber Waffen bauen kann, denn ich weiß, dass aus meinem Freundeskreis hier von der Xbox One, mein Freundeskreis, das mich einige schon gefragt haben, wie geht das mit den Mods, wie geht dies, wie geht das, und dann habe ich einem mal irgendwann erzählt, er kann auch von den grünen Crafting-Teilen auch auf die großen gelben Crafting-Teile kommen und er wusste das halt einfach nicht und dann habe ich es ihm erklärt und dachte mir jetzt, hey, Sanchez, machst du doch einfach mal The Division Tutorial wieder am schnellsten, Felix Points fahren kannst, Mods einsetzen kannst, etc. pp. Das Ganze machen wir jetzt heute mal ein Video hier, kurz und knapp. So, wir stehen jetzt hier gerade auch direkt schon vor der Operationsbasis und ihr seht schon, sieht natürlich grandios aus und wir gehen jetzt einfach mal rein und dann gucken wir mal. Wir fangen am besten erstmal an mit den Craften von Waffen, denn wie jeder schnell haben möchte, möchte jeder auch sehr viel Schaden machen und dementsprechend braucht er auch gute Waffen. So, und die bekommt er theoretisch durch Missionen, theoretisch auch in der Dark Zone. So, ich finde aber am einfachsten ist es, wenn du dir halt hier an der Fertigungsstation einfach welche herstellst, indem du dir einfach die Blaupausen kaufst, dazu kommen wir dann gleich. Ihr seht schon, meine Blaupausen sind unter anderem der Liberator, die RK74, die ich aktuell auch trage und der Damaskus, den habe ich mir allerdings noch nicht hergestellt, muss ich ehrlich zugeben. Und ihr seht schon, die Dinger haben auch so ein bisschen Variationsschaden, wenn ihr dann nach rechts guckt, seht ihr 6051 bis 6967. Das kann auch ein Stückchen drüber gehen, habe ich mir sagen lassen, hat mir jemand erzählt, das kann ein bisschen drüber gehen, aber die 6967. Mindestschaden hat sie also auf jeden Fall 6950, ist jetzt nicht unbedingt viel auf Level 30, es geht. Deswegen habe ich mich auch aktuell für die AK47 entschieden. Die hat nämlich drei zufällige Talente vor allen Dingen, die hat auch drei, aber die sind halt, naja, die erreicht man auch relativ schnell, aber dazu kommen wir auch noch mit den Talenten. Das ist nämlich auch sehr extrem wichtig und da bin ich auch gerade momentan am Fällen und versuche das gerade aus. Das zeige ich aber gleich. So, ihr seht schon, die hat schon ein bisschen mehr Bums, die macht immerhin 7.570 bis 8.575 und ihr seht, aktuell rechts der AK47-Waffe und habe 8.415. Also einen sehr guten Mittelwert gekriegt davon, also fast das höchste und somit bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich da gebaut habe. Ihr seht schon, hier können noch einige andere Waffen bauen, das ist auch von Level 1 an, glaube ich, oder 4. Hier, ob man die Operationsbasis freischaltet, verfügbar und das variiert dann die macht eben. Da gibt es halt auch alles, Masken kann man bauen, zum Beispiel hier diese Maske. Ich zeige euch gleich, wo ich diese ganzen gelben Sachen herhabe und wie ich die gefarmt habe am schnellsten. Das ist einfach nur ein kleiner Tipp von mir. Ihr müsst es nicht so machen, es ist ein relativ anstrengender Weg, wie ich es momentan mache, aber wer Gier haben will, der muss halt leiden. So, ihr seht schon, da kann man einiges, einige Sachen hier herrschen an dem Tisch, muss man sich halt die Blaupausen kaufen, aber dementsprechend die Mission machen, dann kriegt man auch mehr Blaupausen, dazu kommen aber auch gleich noch. Und jetzt kommt aber das, was die meisten nicht wissen. Wir sind jetzt hier an dem vorletzten Punkt angekommen und beim letzten Punkt sieht man schon Materialumwandlung. Diesen Punkt sieht irgendwie nie jemand, geht irgendwie niemand drauf, weil jemand mit dem eigenen nichts anfangen kann. Aber, wie man hier sieht, kann man hier sich die Items herstellen. Das heißt, diese Crafting-Teile, das Material zum Crafting herstellen, man kann das entweder mit Division-Tag machen, das kriegt man zum größten Teil eigentlich nur aus der Dark Zone. Das geht auch relativ fix, wenn man sich die Farmen-Points merkt, dann geht das mit einer Gruppe relativ flott. Oder auch alleine am Abend kann man das schnell farmen, das ist so die billigste Alternative im Endeffekt. Das geht relativ, weil man viel Division-Tag bekommt. Standardmäßig siehst du zum Beispiel beim Werkzeug, ich brauche jetzt 5 Grüne, um ein Blaues herzustellen. Dementsprechend brauche ich aber auch 5 Blaue, um ein normales Werkzeug herzustellen. Ich sehe gerade, ich kann das sogar herstellen, das ist sehr interessant. Das kann man direkt mal machen. Zeig. Das Werkzeug brauche ich ja nicht immer. Das ist eigentlich scheißegal, das kann man immer wieder herstellen, wenn man es braucht, weil du brauchst dieses Werkzeug definitiv. Geht also, ist auch sehr, muss ich aber jetzt sagen, ist relativ nervsaufreißend, das Ganze zu farmen, denn du kriegst wirklich nur Pipi-Kramsachen bei den ganzen Farmspots. Und da ist man ganz froh, wenn man zum Beispiel in der Base, wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt alles fertig, ich bin Endlevel, bei Waxo muss ich noch ein bisschen leveln, aber dann kriegt ihr, da machen wir jetzt einfach mal einen Rundgang, dann zeige ich euch das, kriegt ihr nämlich die Stoffe auch aus der Basis. Ich mache mal so einen kleinen Rundgang, ich gehe erst hier zu dem Medic hin, zu dem Medic Wing. Dann seht ihr hier, habe ich zum Beispiel Stoff. Zack, wenn ich Glück habe, kriege ich guten Stoff, wenn ich schlecht habe, kriege ich nur einen blauen oder auch nur einen grünen. So, dann kann ich hier direkt weiter, Verbrauchsgüter, zack. Habe ich Nahrungsmittel, Konserv und Wasser bekommen, wozu die gut sind, erkläre ich euch nämlich auch noch, denn das boostet euren Schaden, während ihr zum Beispiel auf einer Mission setzt. So, dann gehen wir einfach hier rüber, zack, da haben wir dann den Arsenal-Händler auch direkt und hier aber meine Kiste mit Spezialmotionen, die habe ich aber vorhin schon gebraucht, deswegen kann ich die jetzt nicht mehr looten. Das ist übrigens auch cool, der Spezialhändler hat auch sehr gute Sachen dabei, muss man ihm lassen. Das variiert halt immer, nach 7 Stunden, 15 Minuten hat er wieder ein neues Gear dabei. Die hat jetzt hier die AUG A3 dabei, die ist echt nicht schlecht, kann ich euch echt nur empfehlen, wenn ihr die Kohle dazu habt, holt euch die AUG A3. So, dann haben wir das hier, den wir dann auch fertig. So, dann kann man jetzt, läuft man noch einmal hier komplett durch, zack. Und dann ist hier nochmal eine Waffenkiste. Zack, die kann man sich auch noch gönnen, kriegt man mit sich ein Waffenteil. Da habe ich jetzt schlecht gezogen, das war nur grün. Dann haben wir hier nochmal eine Kiste für Lumpenkiste, das sind halt hier so Outfits, die man kriegen kann. So, aber das Wichtigste eigentlich, wie ich finde, ist, wenn man zum Techwing geht, also zum Technikflügel hier oben. So, und dann bleiben wir nämlich auch gleich hier oben, weil es geschickt geweht, den Rundgang, damit wir genau da sind, wo wir hinwollten eigentlich. Gibt es hier dann Werkzeuge, ist aber jetzt auch schon gelootet, weil ich das vorhin schon gemacht habe. Gibt es dann Werkzeugteile, hier gibt es Elektronikteile, da habe ich noch Platz. Und jetzt gab es ein blaues. So, jetzt gibt es die Sache, man kann sich diese blaue Pausen, diese gelben blaue Pausen auch kaufen. Ihr seht, ich stehe hier oben beim Technikflügel an einem Laptop. Wenn ihr 30 seid, taucht dieser Spezialausstattungshändler auf. Dieser möchte gerne eure Phoenix Points haben, also die netten Punkte, die ihr jetzt bei mir rechts seht, wo Gatebörse steht. Ich habe aktuell nur 36, weil ich die aktuell auch schon wieder ausgegeben habe für eine, ich glaube, was habe ich denn gekauft, eine blaue Pausen? Habe ich eine blaue Pausen gekauft? Ich weiß gar nicht mehr, was ich gekauft habe. Aber ich habe auf jeden Fall was gekauft. So, und ihr seht schon, der will eure Phoenix Points haben. Ihr könnt ja entweder direkt eine Waffe kaufen, die halt 6479 Schaden macht. Finde ich jetzt, ist nicht so besonders. Ist natürlich ein Maschinengewehr. Man ist das Maschinengewehr mit nur 30 Schuss im Magazin. Ist verdammt wenig. Ist verdammt, verdammt, verdammt wenig. Muss man sagen. Und ihr seht, hier kann man halt die festen Sachen kaufen, wie hier die Sachen. Oder halt eben hier unten auch direkt die Blaue Pausen kaufen, wo man halt die Sachen selber herstellen kann. Ist im Prinzip, wenn man es so sieht, die billigere Alternative, weil diese Blaue Pausen kosten halt nicht keinen, naja, es geht 139 bis 190 Phoenix Points. Aber ich glaube, die Waffe ist teurer. Ich glaube, die Waffe kostet 200. Ja, 207. Ersparte dir ein paar Phoenix Points, müsste ich allerdings die ganzen Sachen da noch zusammenfahren. Aber ihr habt den Vorteil, ihr könnt die Waffe immer wieder herstellen. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr immer wieder eine bessere. Also die bessere Version davon. Von daher ist das eine gute Alternative. Weil hier kriegst du einfach nur die 6470 bis dann gebunden fertig ist. Die kann halt durch die Blaue Pausen halt höher werden. Da kann es wahrscheinlich auch 8 werden. Bei dem leichten, bei dem NMG. So, aber hier kriegt ihr halt eure Phoenix Points. Hier könnt ihr die ausgeben. Wenn ihr allerdings erst 30 seid, erst ab Level 30, Stufe 30, taucht dieser hier auf. So, und was viele auch nicht wissen, es gibt auch Kleidungsstücke, die logischerweise Mods haben. Wir gehen jetzt mal raus, ein bisschen die Sicht genießen. Es macht schönes Wetter draußen, es lohnt sich mehr. Es gibt für die Kleidungsstücke auch Mods, wenn man dementsprechend Kleidungsstücke hat. Ich zeige euch das gleich mal, dann legen wir jetzt einfach mal die Mods an. Denn auch Mods an den Waffen und an den Kleidungsstücken sind relativ wichtig. Da muss man auch immer gucken, wie man das Ganze zusammenbackt. Wir gucken mal kurz bei mir hier rein. So, ihr seht. Ich habe hier auch schon an meiner AK-47 einige Mods dran. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum hat der Junge noch keine gelbe? Dann hat so viele gelbe Sachen, aber er hat keinen gelben Mod. Ja, das Lustige ist, ich hatte eigentlich ein gelbes Magazin. Hatte liegt daher, weil ich habe es versucht, habe es angelegt. Und es war einfach schlechter als der Wert, den ich mit dem Purple, also mit dem Lila Magazin erzielt habe. Und das hätte die SPM runtergegangen, den Schaden pro Minute. Und das wollte ich einfach nicht. Ich wollte den Schaden pro Minute noch weiterhin so hoch halten. Habe gesagt, nein. Dann gehe ich das ein und behalte halt mein Lilaneszeug. Weil einfach Schwachsinn. So, ihr seht schon, da kann man halt spezielle Mods reinmachen. Dies ist eine Waffe, die hat eigentlich, ich glaube, du kannst sogar alles ausrüsten, meine ich. Ja, genau, die ist voll bis oben hin. Zum Beispiel die Pack-Han. Die kannst du nicht bis voll hin voll ausrüsten. Die hat nur, wie ihr seht, drei beschissenen Slots. Du kannst nicht mal den Skin wechseln. Wobei man natürlich bei der Goldwaffe den Skin nicht wechseln möchte. Ist auch logisch, will man ja nicht. Und dann kann man die hier noch so schön nicht mehr. Das wären jetzt die Mods für die Waffen. Aber wie ihr seht, habe ich hier auch einige Sachen, die auch Mods auf den Kleidungsstücken zulassen. Hier eigentlich alles, außer die Rüstung. Die lässt jetzt gerade keine zu. Manche haben ein Slot, manche zwei Slots. Ich glaube, drei habe ich noch nicht gesehen. Kann ich jetzt also nicht bestätigen, ob es die wirklich gibt. Aber ich denke mal auch. So, dann könnt ihr nämlich hier einfach, indem man jetzt auf der Xbox One X drückt. Das geht natürlich bei PC, etc. PS4 natürlich auch. Es ist jetzt nur das Beispiel, ich zockse halt auf der Xbox One. Aber ihr könnt das halt überall auch machen. So, und dann habt ihr hier halt, ich habe jetzt ein paar Mods. Hier habe ich auch eine gelbe Mod. Allerdings nehme ich die nicht, da mir die Elektronikteile hinten runterhaut. Und ich muss da nämlich noch ein bisschen mehr Elektronik oben rechts erreichen, um bestimmte Fähigkeiten zu krimieren. Aber dazu, wie gesagt, gleich. Und dann könnt ihr hier die ganzen Mods reinbauen. Ich empfehle euch, möglichst immer lila und gelb reinzuhauen, wenn ihr Level 30 seid. Runter geht natürlich auch grün und blau. Grün und blau geschlagen, ja, das klingt echt toll. Und ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall, wenn ihr welche habt, packt sie rein. Auch in die Waffe immer reinpacken. Und das ist echt gut. Die Mods sieht zwar nicht viel aus, was da steht, aber manche Sachen sind echt extrem gut. Was habe ich denn zum Beispiel? Ich habe zum Beispiel hier drin einen Brandwiderstand. Das heißt, wenn ich jetzt eine Granate abkriege, eine Brandgranate von einem Gegner abkriege, komme ich da eigentlich ganz gut bei weg. Und ja, ich habe da 2% Widerstand dagegen. Und das ist super, weil dann kann es halt vorkommen, was ich mal nicht brenne. Ja, so, genau. Und das könnt ihr halt verschiedene Sachen machen. Das könnt ihr halt auf dem Rucksack machen, je nachdem, was ihr habt. Und dementsprechend dann auch kaufen. Ich muss nochmal ganz kurz rein. Den muss ich nicht. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich die ganze Zeit eigentlich schon anspreche. Diese Fähigkeiten für die Waffen. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier 2 Waffen. Und das rechte ist eigentlich ausgegraut, also nicht aktiv. Das liegt wie folgt daran, ich habe leider, wie ich gerade schon erwähnt habe, zu wenig Elektronik hinten. Also ich brauche da einen bestimmten Wert. Und den können wir uns hier nämlich angucken. Wenn man draufklickt, sieht man nämlich, wenn man hier runterscrollt, für die Talentaktivierung brauche ich 2362 Elektronik. So, ich habe nur 2316. Also muss ich jetzt darauf hinarbeiten, auch möglichst diesen Wert zu erfüllen, damit diese Passivfähigkeiten aktiv werden. Und man sieht, die sind eigentlich gar nicht mal schlecht. Die erste Kugel eines Magazins hat eine Chance von 13%, das Ziel in Brand zu setzen. Das ist schon relativ awesome. Kann man mal machen, ne? Und auch entschlossen. Das Eliminieren eines Ziels reduziert die Cooldown-Zeit der Erfertigkeiten um 8,5%. Klingt nicht viel, aber eine Reduzierung der Cooldown-Zeiten ist super. Die Frage ist natürlich, stapelt das? Das heißt, wenn ich umso mehr Ziele kille, umso schneller meine Fähigkeiten wieder werde, wäre nämlich auch super. Und noch ein kleiner Tipp von mir. Ich habe jetzt hier, naja, nicht ganz ausgewogene Stats. Ich bin jetzt eigentlich nicht für die Dark Zone ausgerüstet. Ich bin eigentlich für Missionen ausgerüstet. Weil ich habe dafür zu wenig Lebenspunkte. Für die Dark Zone brauchst du eigentlich so um die 60.000 Lebenspunkte. Und die habe ich halt nicht, weil ich momentan eigentlich nur Missionen farme und ab und zu mal die Dark Zone gehe. Ja, ich weiß, da unten sind Dark Zone Vero 59.000, 765 ist klar. Weil ich auch dann logischerweise mit ein paar Kollegen ab und zu mal in die Dark Zone reingehe. Das mache ich ab und zu mal gern. So, jetzt aber noch ein schneller Tipp. Wie farmt ihr am besten Phoenix Points? Ab Level 30 könnt ihr sogenannte Daily Missions machen. Die kennt ihr wahrscheinlich schon aus anderen Spielen wie Destiny oder, ich weiß es nicht, aus ganz vielen anderen Spielen schon. Und diese werden auf der Karte hier immer dementsprechend angezeigt. Ihr seht, hier haben wir es jetzt nicht, weil ich habe die jetzt schon gemacht. Aber dann hast du hier, steht dann hier zum Beispiel immer schwer und dann kannst du da anklicken, dass du diese gerne in schwer machen möchtest. Und das ist dann die Daily Mission. Da steht dann auch da, die blinken auf, das blinkt auf der Karte ganz groß, sodass du definitiv siehst, was die Daily Mission ist. Das ist so ein Kreis drumherum, der dreht sich dann und das erkennst du. Ich habe es nur leider schon gemacht heute Morgen und deswegen seht ihr das nicht mehr. Das Ganze gibt es aber auch in einer Challenge Mode. Die Challenge Mode, soll euch aber gesagt sein, die ist wirklich verdammt haarig hart. Denn ihr braucht echt ein gutes Team. Ich hatte heute Morgen mal Glück, ich mache immer Spielersuche und hatte heute Morgen echt mal Glück. Und habe tatlos ein sehr gutes Team erwischt, das mir dementsprechend, ja, mit mir zusammen die Challenge Mode heute Morgen bestanden hat. Die erste Woche gemerkt, man kriegt auch einen 20er Erfolg dafür. Und ich war ganz froh, als ich das geschafft habe, denn es gibt dafür nämlich sage und schreibe 45 Phoenix Points. Klingt jetzt nicht viel, die sind ja auch sehr wertvoll, deswegen gibt es da auch nicht viel. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Wenn ihr jetzt, also schwer müsst ihr auf jeden Fall machen bei den Missionen, da kommt ihr nicht drumherum. Aber ihr seht zum Beispiel, ich zeige nochmal auf der Map, ich habe eine Lieblingsmission, die mache ich eigentlich täglich bestimmt 20 Mal. Und das wäre die hier, genau die, wo ich drauf war. Russisch, labern wir nicht so viel. Hör auf zu labern. Okay, er redet jetzt gerade aktuell und da könnt ihr jetzt drauf gehen. Und wenn er die Missionen eigentlich immer auf schwer macht, gibt es dafür eigentlich immer Punkte. Prinzipiell immer auch. Wenn er nicht steht, du kriegst keine Phoenix Points, aber du kriegst Phoenix Points. Sorry, kurze Unterbrechung. Du kriegst auf jeden Fall Phoenix Points, auch wenn es da nicht steht. Es sind zwar nicht viele, es sind so um die 8. 8, das ist wirklich nicht sehr viel. Das ist wirklich nicht sehr viel, 8 Phoenix Points. Aber, wenn du es 10 Mal machst, hast du immerhin schon 80 zusammen. Und du hast auch die Chance, dass hier auch ab und zu mal ein Gold, also ein gelbes Item droppt. Ist zwar wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr selten, aber kann immerhin vorkommen. Und so farme ich zum Beispiel ganz schnell meine Phoenix Points. Ich mache diese Mission wirklich 20 Mal am Tag und kriege das gut zusammen. Aber es gibt natürlich auch nicht nur diesen Weg, um Phoenix Points zu farmen. Denn, deswegen ist es auch so, warum du in dieser Mission auch immer ständig Phoenix Points kriegst. Sobald du einen namest, also einen gelben Gegner mit Namen, der wirklich einen Namen hat, keine Ahnung, Devicon oder so heißt, diese tötest, kriegst du dafür meistens auch Phoenix Points. Zumindest bei der Mission auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, ob es deswegen nicht. Dasselbe geht natürlich dann auch in der Dark Zone. Das heißt, wenn du in der Dark Zone gelbe Gegner mit Namen tötest, kriegst du dafür Phoenix Points. Die sind natürlich dann direkt gesichert, die musst du dann nicht abgeben. Die sind einfach dann gesichert. Wobei du diesen Gegner getötest und die Nut von ihm eingenommen hast. Da brauchst du dann keine Sorgen zu machen. Aber so im Endeffekt, so schnell geht es dann, die Phoenix Points zu farmen. Die Dark Zone Credits und das ganze andere Credits Zeug, ähm, ja, das passt ja eben nur schnell zusammen. Von daher, das gibt sich ja. Nee, aber so kannst du halt Phoenix Points relativ schnell farmen und schnell auch an dein gutes Gear kommen. Wie sonst bin ich an mein gutes Gear gekommen? Ich hab das zum größten alles so gemacht. Blaupausen gekauft, selbst hergestellt, etc. pp. Ein Tipp von mir aber noch. Leveln. Wenn ihr levelt und ihr wisst doch nicht genau, Waffen zerlegen, Waffen verkaufen. Ich hab das jetzt wie folgt gemacht. Ich hab die meisten Waffen, eigentlich hab ich alle Waffen verkauft. Prinzipiell, die ich nicht mehr brauchte. Jeden Crap, den ich nicht mehr brauchte, hab ich verkauft. Denn, ähm, ich hab gemerkt, ich brauch eigentlich keine Waffen zu bauen am Anfang. Das bringt halt nicht viel, weil du die so schnell wechselst. Und wenn du die ganzen Waffen aber verkaufst, kriegst du halt ordentlich Money und, äh, kannst dir dafür dann neue, stärkere Waffen kaufen. Und, und das ist, und das ist schon relativ nice, dass du immer wieder, ähm, neue Waffen kaufen kannst. Und irgendwann erst so ab 28 bis 30 solltest du dann anfangen, auf jeden Fall, ähm, den Loot langsam, ja, also langsam den Loot nicht zu verkaufen, sondern halt, äh, zu zerstören, also zu verlegen. Ihr seht schon, so welche Gegner wie Level 25 sind für mich nichts mehr, da ich mir echt schon ordentlich Loot besorgt habe. Das könnt ihr auch machen. Ich hoffe, euch gefällt das Video und vielleicht habt ihr auch noch einen Tipp, was ich besser machen kann. Ähm, ich wollte euch das jetzt einfach mal zeigen, wie ich es gemacht habe. So mache ich meinen Alltag in Destiny, äh, Destiny, jetzt wollte ich schon Destiny sein. Ich sage immer Destiny, warum müssen die beiden mit D anfangen? In-Situation, das ist mein Alltag in-Situation, mit Freunden ein bisschen Darkzone machen, dann logischerweise meine Missionsabläufe machen, meine Dailies, dann craften. Also ihr habt eigentlich noch genug zu tun. Jetzt bin ich aktuell dabei, äh, die ganzen kleinen Missions noch nachzuholen, nachdem ich die ganzen Flüge ja schon aktiviert habe. Ja, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Sanchez.